ja besonders toll sieht das jetzt auch nicht aus hier das aber ich kann das ja nicht weg machen dass das muss so bleiben ja aber doch ich lass das mal so und hier an den das kann ruhig so bleiben okay so treibt scharf du bist da immer noch und du sonstig da okay gut dann lasst uns mal nach oben schauen ich hatte mir da ja was ausgedacht dass das hier da habe ich schon mal eine mauer gezogen da außen habe ich aber noch keine treppen hin gemacht dann mache ich das mal weiter das kann erst mal wieder weg ich könnte sogar das inventar mal ausleeren steckt das mal da rein hier diese bruchstein sachen das brauche auch nicht das kann auch mal weg hier dass das das da und so glattstein sachen der ziegel also ja ihr wisst ja schon was ich meine okay dann bin ich mal gespannt wie das so wie das so weitergeht hier mit diesem ganzen versatzzeug hier ach da habe ich mir ja was ausgesucht aber soll ich das ja ja ich lass das so ja ja ach Moment wir wollten ja noch mal anschauen wie das von unten aussieht hier da unser dings ich bin also wagemutig und springe da runter ja das ist das geht ins wasser das müsste gehen so mit etwas anlaufen und runter da ich so ganz wie war das jetzt auch nicht na egal ach guck mal da ist noch ein schaf hier ja da müsste ich mir auch noch was ausdenken hier das ist nicht schön da muss ich einfach mal so ein bisschen ja erde habe ich jetzt kann ich mit einfach mal da er hin ziehen und dann mitnehmen und dann da hinsetzen aha schaut euch mal das an das ist doch schon wesentlich besser aus der entfernung sieht man das besser ja das sieht doch nach was aus okay es ist jetzt nicht besonders schön aber ja das kann man lassen vielleicht wäre es besser gewesen dass irgendwie anders zu machen ja so in der mitte dann ah ja ich weiß aber ja egal so da oben will ich jetzt weitermachen das kann ja weiter werden das wird ein gefummel ich sehe das jetzt schon naja okay ich will es ja unbedingt so haben also muss es gemacht werden so und jetzt brauche ich doch wieder die lücke im zaun in der mauer ja die musik beschlagen denn sonst komme ich da nicht rein aber ich schließe sie gleich wieder der schild kann auch mal da weg jetzt ich habe mir nicht vor mich hier oben mit monstern zu prügeln so scharf guck mal da oben ist doch alles frei für dich eigentlich könnte man hier noch ein fenster hin machen aber das wollte ich ja absichtlich nicht da geht der mond auf ich lege mich mal hin dann sind wir bei tag unterwegs ist es mir lieber hier drin ist es auch ziemlich dunkel mein tagsüber geht es ja na weil wir viele fenster haben das ist auch so beabsichtigt nachts aber ach moment da ist ja auch so richtig da habe ich ja da habe ich ja glühstein verbaut das war ja richtig das macht sich auch ganz gut so naja dann sollte es wohl hell genug sein da habe ich jetzt nur noch 17 das ist ein bisschen knapp aber ich frage mich gerade ob es vielleicht einfacher und irgendwie besser wäre wenn ich mir da auch so ein gerüst aus erde hin mache das ich ja wieder weg machen kann denn das von hier oben zu setzen das ist ja unmöglich aber ich kann ich habe die idee ich kann was anderes machen und zwar kann ich erstmal hier diese dinge hier setzen so und dann später von unten das kann ich ja dann ruhig mit gerüst machen das dann noch verkleiden das sieht jetzt erstmal doof aus ja klar aber auf jeden fall ist es einfacher habe ich hier oben schon mal so eine so eine die die mauer rund um gemacht jetzt müssen wir doch hier daraus ok so von da aus ja da komme ich in sehr schön naja doch hier ich hier weitermachen genau da da ja das ist ganz schön kompliziert also zumindest für mich die konzentrationssache also so kleinen dingsbumskram da irgendwie ist nicht so mein fall mag ich zwar also wenn es fertig ist sieht ja dann schön aus aber so was machen wir jetzt hier über dem dings hier das müsste dann ja so aussehen nein da nicht da kann ich ja schon mal die dinge ersetzen naja das sieht dann eben so aus genau also warum nicht das ist dann eben so ja schön dass wir wenigstens die mauer hier haben wir haben jetzt natürlich einen nachteil nämlich das habe ich doch hier anders gemacht genau hier das da müsste weg und durch holz ersetzt werden und das sollte eigentlich auch ohne weiteres machbar sein denn wenn da außen rum dass das die verkleidung noch hinkommt dann sieht man das ja nicht mehr das ist schön hier der ausblick auf die natur auch auf den kultur garten ja doch ein bisschen diesig ist es heute aber ja egal ach der schön mir gefällt ja da habe ich schon was schönes gemacht ja ich weiß es fängt schon an zu stinken aber ja wie gefällt das denn auch so so ich dachte mir kann ja doch da habe ich nämlich ach da habe ich noch einen ganzen stapel davon ja ok dann könnte doch noch reichen hier einmal rum man sieht das kreuz kaum weil das auch so grau ist der stein auch moment da kann ich ja auch schon da noch weiter ja und da ja gut müsste passen dann kann ich mir schon mal gedanken machen hier zur raumgestaltung oder ich mache hier ja oder ich mache hier gar keine räume oder ja doch ihnen das müssen wir da schon machen ich weiß noch nicht was da irgendwas irgendwas muss da schon werden ich würde jetzt am liebsten gerne diese diese balustrade da unten was ja balustrade ist dieses hilfsgerüst machen da brauche ich erstmal erde so haben wir hier und mehr von diesen dingern da dann mache ich mir eben welcher und da war noch was ja hier sehr gut vielleicht wäre es ja ach ist egal die werkbank kann durch da stehen wir haben eine idee war die werkbank nach oben hinzusetzen ähm moment nein aus dir das geht so ja gar nicht so jetzt haben wir hier noch welche und dann kann ich jetzt hier was machen reichen die ich weiß nicht ich mache ruhig nochmal ein paar mehr so da kann ich ja die auch gleich nochmal verarbeiten denn dafür habe ich sie ja ja okay das dürfte jetzt erstmal genügen ähm erde habe ich auch jetzt hier ja erde habe ich auch ja die soll doch ins inventar hier so wo geht es denn hier raus da ja okay die frage ist nur wie hey moment wie baue ich das jetzt am besten hin kann ich denn hier irgendwie runtersprengen ja hier auf die bäume mache ich mal ouch aber die bäume haben mich abgefangen gut ja das sieht echt nicht gut aus okay also werde ich mal anfangen hier eine balustrade zu bauen ähm diese höhe passt eigentlich ja ich muss ja nur einmal rum ja okay es ist nicht besonders gut hier und an den ecken könnte es gefährlich werden aber das ist ja das wird auch spaßig hier moment der dahin okay ja aber man kann auch sehen dass dann hier drin dass das holz dann wirklich äh der stein von oh ja moment halt das ding ist ja bald aus hier äh das ähm was wollte ich jetzt sagen äh zeug ich vergessen achso ne dass das holz das das ich da innen habe dann auch weg kann äh wie muss ich das jetzt machen das muss durch jetzt äh so ne das war verkehrt so genau da muss ähm wie geht das denn jetzt so ach ja doch genau so und äh ne da habe ich noch ein bisschen Spielraum so geht doch ach wunderbar so schwierig ist das gar nicht so wie es aussieht naja nur nicht nur nicht gleich zu ähm sorglos werden ok wo muss ich weitermachen hier ähm erst nochmal dahin dann da da steht ja ein bisschen über ja genau so und so und dann hier nochmal ok ähm ist das richtig ach doch ja hier so und dann da eins raus achso das ist auch wieder zu Ende hier ne ne einer zu viel ach doch hier also das scheint hier alles zu passen ja nein nein halt still stehen bleiben naja da lässt man einmal die taste los ne und schon fällt man wieder runter aber nö das sieht hier alles eigentlich ganz gut aus so wie es äh so wie es sein soll ja ok dann bin ich gleich wieder hoch so huah ok dann vorsichtig weiter bauen ach ja das wird ja noch spannend hier vorne aber das kriegen wir schon hin jetzt soll ich die taste loslassen entspannen ist nachher wieder angesagt ach einen Zaun ah doch kann ich doch hinbauen ok oh das ist ja einfach da bin ich ja hier schon durch ähm ja dann werde ich einfach mal hier die Erde wieder abbauen denn ich brauche das ja nicht mehr hier na los weg hier so die bleibt einfach da liegen und äh ich hab genug Erde äh die muss ich jetzt nicht nochmal nochmal alles einsammeln das ist mir ein bisschen zu viel Arbeit und es wird auch schon wieder nacht so wie es aussieht ja die Uhr sagt das auch dann habe ich die eine Hälfte ja schon so ungefähr aber die andere Hälfte wird komplizierter wisst ihr da das sind ja so viele Ecken da oh nein oh mann doofi da glaube ich habe ich zu viel weggemacht ja ähm okay dann war ich wieder hier hoch äh wie komme ich da jetzt eigentlich wieder weg das ist die andere Frage ach ich bin ja von da oben runter gesprungen ja genau richtig ja dann muss ich da eben außen rumlaufen oder ich bleibe einfach hier denn da oben da wird ja wohl kein Monster erscheinen dann bauen wir eben nachts weiter wie viel Erde habe ich denn auch mit ach ja genug aber es ist so dunkel hier ach Menno nö ich will mich da lieber hinlegen ne also wenn ich nichts sehe dann äh jetzt komme ich da nicht durch jetzt muss ich ach nö ich wollte eigentlich keine Fensterschabe zerschlagen und auch kein Glas und so äh da komme ich aber ja dann muss ich das eben doch machen so schlafen wir heute mal bei offenem Fenster das wollte ich eigentlich gar nicht aber naja egal ist eben so so raus hier wieder da okay so ich baue jetzt einfach mal erst die Balustrade bevor ich den Rest hinsetze nö da war zu tief da ein äh nur nicht die falsche Taste loslassen das ist echt anstrengend ja zumal wenn man es nicht gewohnt ist aber ich bin da bald rum aber jetzt kommt da dieses dieses komplizierte Stück hier ja ja ja